Ab dem 1. April 2014 ist diese hier angebotene 3,5 Zimmer Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Hochpartei-Wohnung liegt im Kreis Kassel. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Hochpartei-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 125 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Hochpartei-Wohnung beläuft sich auf 790 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Die Hochpartei-Wohnung. Bis zum nächsten Mal.